bei mir war es tatsächlich die krebserkrankung also ich bin dann irgendwann 2000 12 wurde man krebs entdeckt und dann hat man das zwei jahre beobachtet nennt sich watch and wait angucken beobachten und 2014 irgendwann war denn tatsächlich schicht im schach wir haben uns meist getroffen ich war der erste ich war so gegen zehn vor vier im sender und dann kam die angemacht und dann haben wir zum teil nahezu kein wort miteinander geredet weil wir alle noch im tiefschlaf waren also wirklich kein wort außer moin und kaffee schmeckt nicht so ich bin kein musik fan ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel ahnung von musik ich bin wahrscheinlich ein normaler durchschnittshörer hört sich das an und so hübsch oder nicht aber ich bin jetzt so wie sich das andere vielleicht vorstellen so ein radiomoderator der sitzt in bergen von cds früher und hört sich die an ich wollte den leuten immer eine geschichte erzählen ich war einmal der der über das wort gekommen ist und musik war für mich immer eher stört ich wollte am liebsten was erzählen fünfjähriges jubiläum von dir und da habe ich natürlich kommt da bin ich jetzt der alte radioman der jetzt auch mal zweiter sachen wissen will also gerne also ich wollte dich für mein fünfjähriges haben weil du bist für mich die stimme schleswig holsteins also sehr gerne ich lasse mich sehr gerne von dir befragen ja es hörten im peak durchschnittlich 500 eine halbe million menschen ja euch zu ja dir zu ja wir hatten schon das thema wenn du dich verhaspelst kriegen das 500.000 menschen mit sagen mensch der köhte schon wieder aber ihr habt ja auch eine ungeheuer ungeheu ungemeine verantwortung gesellschaftsverantwortung letztendlich auch ihr könnt ihr auch meinungen hier fördern meinungen manipulieren wie geht ihr damit politischen themen seid ihr damit umgegangen miri hat gesagt darauf verlasse ich mich nicht und sie hat wirklich alles und ich schwöre alles vorbereitet damit ich weiterleben kann und das finde ich ist eine unglaubliche lebensleistung also mir ist das schon zu ihren lebzeiten noch bewusst gewesen aber die ganze dimension das ganze ausmaß dessen das habe ich wirklich erst begriffen ja als es denn so weit war touristy time wird euch präsentiert vom finanzschnack der volksbanken raiffeisenbanken morgen kann kommen wir machen den weg frei eure volksbanken raiffeisenbanken vor ort auf ne tasse tee mit karsten köhte mein heutiger teegast ist zumindest für mich und ich bin mir auch ganz sicher für ganz ganz viele die stimme schleswig holsteins ich glaube ganz ganz viele sind aufgewachsen mit karsten köhtes frühstücksclub in meiner kindheit lief immer radio schleswig holstein und karsten köhte ich bin mir sicher euch geht es auch so und ich bin so froh dass anlässlich meines fünfjährigen bestehens ja die stimme schleswig holsteins heute hier im podcast ist und ich dich persönlich kennenlernen darf und ihr alle auch über touristy time tour und damit sage ich moin karsten und vielen dank für die einladung und vorab schon mal glückwunsch schon fünfjährigen vielen dank die hätte man glückwunsch zum 37 jährigen sagen können ja 87 die ersten kleinen schritte im radio genau ist schnell gegangen die zeit mein lieber schwan zeit verfliegt kann ich auch sagen rückblickend das ist wirklich wahnsinn wie schnell die zeit vergeht aber das soll hier heute nicht um mich gehen es soll um die person karsten köhte gehen wer ist das eigentlich von dem man immer so viel gehört hat auch noch häufig hört ja aber natürlich erzählst du auch viele geschichten man weiß auch viel von dir aber die ich jetzt mal so hautnah mehr oder weniger zu erleben 30 40 minuten lang habe ich mich sehr darauf gefreut und vielen dank dass jörg lange uns connected hat ich hatte jörg angeschrieben mensch jörg meinst du carsten wird das machen er sagt so wie ich carsten kennen der hat er lust drauf klar also immer gerne ich freue mich wirklich vor allem freue ich mich in diesem ambiente zu sein weil ich habe sowas was du ja noch nie gesehen können wir ja auch noch mal ein paar fragen stellen also würde ich dir gerne stellen das okay ist das ist voll in ordnung tatsächlich als du reinkamst habe ich das gesehen diese reaktion die du gerade beschrieben also es freut mich sehr das ist ja ganz toll wir waren zu beginnen am oder als wir uns kennen lernten wo wollen wir das hier machen mensch ich komme im wohnmobil da brauchen wir ein bisschen platz du sagst auf der auffahrt in kiel schwierig hier ich sage auf sylt wo du ja auch im wochentakt wechselst du ja genau im wochentakt auf sylt ist für mich schwierig mit dem autozug ist möglich aber gibt es noch eine andere möglichkeit ja und du sagst jo tore da gibt es was ja nämlich hier wo wir uns gerade befinden deswegen meine eingangsfrage ist immer mensch wo befinden wir uns gerade erzähl mal wo wir uns befinden ja warum du diesen ort vorgeschlagen hast das ist hier tatsächlich der parkplatz des friedhofs in kiel russsee also und hier auf dem friedhof ist tatsächlich meine frau begraben keine 150 meter von hier und es ist natürlich dadurch hier schön ruhig das ist das eine was uns denn ja tatsächlich zugutekommt um zum anderen natürlich habe ich zu anfang schwierigkeiten gehabt hier an diesen ort zu gehen aber inzwischen ist es so dass ich also gerne hier bin ist jetzt auch quatsch aber mich nicht mehr so völlig unwohl fühle und so ist meine frau ein bisschen auch mit dabei gibt mir auch ein gutes gefühl also deshalb finde ich ist es eigentlich ein ganz passender ort wie oft bist du hier auf dem friedhof wie oft besuchst du deine frau eigentlich wenn ich in kiel bin tatsächlich fast jeden tag irgendwie das hat sie sich auch so gewünscht also jetzt gar nicht zwanghaft sondern einfach so das ist von mir zu hause zu fuß sage ich mal irgendwie zehn minuten entfernt und sie hat sich immer vorgestellt auch manchmal wenn das mal so ist dann kannst du eine kleine abendrunde drehen direkt bei ihrem grab ist so eine bank kann ich mich hinsetzen und dann ja den neuesten schnack vom tag erzählen irgendwie und zu anfangen wie gesagt ist das ein mordsblödes gefühl da sitzt du da wie so ein verlorenes etwas und denkst okay jetzt bist du witwer das sehen wir auch schon so ein böses wort aber inzwischen ich bin auch oft mit einer freundin hier die gegenüber wohnt und dem hund und dann drehen wir gemeinsam eine runde und setzen uns dahin und schnacken bis hin also insofern inzwischen fällt es ein bisschen leichter das ist einfach so sag mal wo du gerade wohnst beziehungsweise bei wem du letztendlich als als wg-bewohner wohnst das ist auf sylt tatsächlich das ist alles auf die situation ist absolut aber trotzdem hast ja dazu ja genau also das ist tatsächlich auf sylt wohne ich jetzt seit ein paar wochen mit der besten freundin meiner frau zusammen in einer wohngemeinschaft also ich musste aus meiner wohnung raus ich hatte absolut so eine kleine wohnung mit mir die noch gemeinsam so und musste dann da raus und hat die bewohnung angeguckt und hat auch was gefunden aber natürlich söter preise wo du auch sagst oh Mensch Carsten komm und dann irgendwann rief sie an und sagte du vergisst deine wohnungssuche wir ziehen zusammen weil bei mir ist ein zimmer frei und dann habe ich gesagt das können wir nicht machen also ich müsste zu wissen sie ist groß und jung und irrsinnig hübsch und ich daneben ich sag klingt wie du ja also es passt nicht ich sag das könnte ich sag die insel wird über uns reden und sie hat gesagt Carsten wir waren doch auch schon mal zusammen im urlaub waren wir wirklich aber noch mal also als als bester freund und beste freundin nicht mehr nicht weniger wird auch nie mehr daraus werden also so getrunken kann die gar nicht sein und 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 jetzt wohnen wir seit zwei monaten da irgendwie ja zusammen wg noch mit handwerkern im haus und hund und ich lerne gerade jeden tag viel neues dazu aber es hält mich jung und bis jetzt toll 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 funktioniert das ganze ja und ich bin sicher dass miri von oben klatscht weil das war eigentlich so die variante die wir uns vorgestellt haben quasi such dir such dir einen guten buddy such dir jemanden mit dem du spaß haben kannst such dir jemanden mit dem du verrückte dinge tun kannst aber wo nicht die gefahr besteht dass der eine dem anderen mal an den hintern fasst und die gefahr ist ist wirklich bei null gut der verlust deiner frau ist ja zwei jahre zwei jahre genau umgekehr wie bist du damals aus deinem tief gekommen wie hast du das geschafft trotzdem noch am leben teilzunehmen du hast auch relativ schnell wieder angefangen zu produzieren genau wie wie hältst du deine lebensfreude aufrecht hat eigentlich auch alles mit miri zu tun weil sie das alles für mich so vorbereitet hat also das thema bitte weil das war ja keine kein spontanes ableben das war ja miri war seit 2008 krebskrank und dann war es ein paar jahre gut dann gab es einen kleinen rückfall dann bekam sie irgendwann metastasen das war 2016 glaube ich dann war die prognose nahe drei jahre etwa und da hat sie gesagt nee also drei jahre das lang beim besten will nicht ich brauche mehr und am ende hat sie dann tatsächlich mit allem was sie da reingehauen hat sechs jahre draus gemacht und sie hat in den letzten monaten ihres lebens oder sogar in den letzten zwei drei jahren glaube ich alles für mich vorbereitet damit ich weiter leben kann also sie hat ihre ganzen freundin gebims und gesagt ihr lasst ihn nicht aus den augen ich bin eigentlich eher so ein eingraber der glaubt alles mit sich selber ausmachen zu können er stark genug er schafft das nur so typischer mann ja und miri hat gesagt darauf verlasse ich mich nicht und sie hat wirklich alles und ich schwöre alles vorbereitet damit ich weiterleben kann und das finde ich ist eine unglaubliche lebensleistung also mir ist das schon zu ihren lebzeiten noch bewusst gewesen aber die ganze dimension das ganze ausmaß dessen das habe ich wirklich erst begriffen ja als es dann so weit war also ich habe nicht eine sekunde diese einsamkeit gespürt ihre mädels und die sind alle deutlich jünger als ich und meine mitbewohnerin wie gesagt auch noch groß und bildhüft so und 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 jeden tag sowohl hier in kiel als auch auf syl nach dem motto was machen würde kassen ich sage mensch ich müsste jetzt auch zu hause mal freudeln nein und immer haben sie mich mitgenommen zu anfang vielleicht aus pflichtgefühl inzwischen glaube ich tatsächlich dass da einfach auch so freundschaften ansonsten hätte die auf syl mich nicht gefragt würdest mit mir zusammen ziehen also machst du ja nicht du wächst ja auch wie ein umgänglicher typ bin ich weiß ich nicht müssen andere beurteilen aber ich glaube schon dass ich relativ pflegeleicht bin ja was man ja auch noch dazu sagen muss du hast ja auch die sendung mit deiner frau auf syl zusammen gehostet produziert genau vier wochen ungefähr nach dem ableben deiner frau warst du wieder im tonstudio für viele überraschend wie schnell du wieder da warst kannst uns da mal mitnehmen was das für ein gefühl war das jetzt weiterzumachen an selben ort und stelle aber alleine auch das war ihr wunsch tatsächlich sie hat gesagt karsten lässt ja nicht zu viel zeit weil sie immer angst hatte so wenn man zu lange raus ist zu lange zu hause ist die wand angucken hat gesagt dann fängst du an zu grübeln sie zu dass du so schnell es irgend geht wieder das versuchst zu machen auch wenn es noch so schwer fällt und das war ja es war stramm muss ich dazu muss ich dazu sagen das war stramm ich habe versucht meinen hörerinnen und hörern in der ersten sendung zu sagen auch bei facebook ist ja leute ich sage erwartet bitte von mir keine wunderdinge also nicht heute und morgen und nicht übermorgen aber ich sage wenn wir uns gemeinsam zeit lassen und wenn ihr ein bisschen geduld mit mir habt dann wird das wieder schön es wird anders aber es wird auch wieder schön und so ist es denn tatsächlich jetzt auch geworden aber ich muss dazu sagen wir haben auch in den letzten zwei jahren als miri noch lebte im grund immer schon den gedanken durchgespielt wie komme ich durch die sendung wenn sie mal nicht mehr da als wie schaffe ich das alleine das ist für mich eine unvorstellbare situation zu wissen die zeit läuft bald ab du hast schon gesagt ging ganz ganz viel von miri aus dass sie dafür vorgesorgt hat schon aber trotzdem wie ist das was ist das für eine situation für dich gewesen mit diesem wissen mit dieser gewissheit zu leben dass das wirklich der countdown läuft ja es jeden tag vorbei sein kann ich kann es mir nicht vorstellen ich möchte es auch mir nicht vorstellen nein möchte sich keiner vorstellen und wünsche ich auch irgendwie meinem ärgsten feind nicht aber auch da hat es dann ganz viel tatsächlich mit der art und weise zu tun wie mir die sache angegangen ist also eine zeitungskollegin hat nachdem sie gestorben war geschrieben du hast dem tod ins gesicht gespuckt und da ist 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 eine menge dran du musst dir vorstellen irgendwann das war glaube ich ein jahr vor ihrem tod es war ein sommertag 25 grad blauer himmel und hat sie mir gesagt ich glaube es ist an der zeit dass wir uns ein grab kaufen ich sage nee natürlich logisch heute ist ich sage ich habe heute morgen beim aufwachen habe ich noch gedacht mensch die sonne scheint wir müssen uns ein grab kaufen und dann sind wir hier zum friedhof und so die friedhofsdame stand damit zum klemmbrett und meine frau war braun gebrannt blümchenkleid in das blühende leben und die sagt darf ich fragen wer verstorben ist und miri hat gesagt noch keiner aber ich bald und dann haben wir uns hier so ein grab ausgesucht und ich habe immer zehn meter daneben gestanden und sie hat immer gerufen wo willst du denn nun liegen ich sage ich will gar nicht liegen ich will hier mit ihr stehen verdammt und dann haben wir uns dieses grab gekauft und als es dann nachher weiter ging waren wir beim bestatter wir haben beim bestatter alles vorbereitet dann haben wir uns ein grabstein gekauft dann haben wir mit einer freundin zusammen ihr erinnerungsfest geplant sie wollte keine trauer feiern also mit anderen worten sie hat mich durch diese ganze zeit geführt und als es soweit war hatte ich einen ordner und ich musste die nur aufklappen und musste nur mit grün abhaken alles erledigt und dadurch ist es für mich einfacher gewesen oder mal andersrum gesagt ich stelle mir diese andere variante noch schlimmer vor du streitest dich morgens am frühstückstisch du gehst aus der haustür und christ draußen herzinfarkt oder der lkw fahrer kriegt die kurve nicht und nichts ist geregelt nichts ist gesagt nichts ist organisiert das stelle ich mir doch brutal hervor wir haben wirklich alles es war alles besprochen es war alles geregelt das nimmt nichts von dem schrecken in dem moment aber mir hat diese ganze vorbereitung die mir getroffen hat und noch mal das ist eine irrsinnige lebensleistung finde ich mir hat das tatsächlich unfassbar geholfen und war auch der grund weshalb ich dann vier wochen später schon wieder sagen konnte okay komm kassen rappel dich auf wie steht es denn um dich gesundheitlich fans von dir wissen ja du bist auch krank genau schwer krank schon lange genau wie steht es um dich genau bei mir ist es eigentlich so ich habe chronisch lymphatische leukämie das ist also eine leukämie form die nicht wieder weg geht die man ganz gut behandeln kann bei mir liegt so eine mutation vor die das ganze wahrscheinlich mal etwas schwieriger macht aber bis dahin kriege ich medikament das bei mir gut wirkt nahezu nebenwirkungsfrei tatsächlich das hilft mir noch irgendwann wird man nicht mehr helfen dann kommt vielleicht in der zwischenzeit irgendwas neues auf dem markt wo uns noch ein bisschen rüber retten können aber so gesehen es geht mir gut tatsächlich ich lebe mit dieser krankheit ganz gut und ich habe ja von miri gelernt wie man mit krebs umgehen muss also insofern habe ich auch da die beste lehrerin überhaupt der welt gehabt also ich komme klar dann nimm uns doch mal bitte mit in deinen jetzigen alltag wie sieht das leben von karsten köhte in 2024 auf ich habe aufgeschnappt du verbringst eine weile paar tage auf sylt genau paar tage hier im kiel genau und was machst du hier so die zeit wie gestaltest du deinen alltag ja also eigentlich mein hauptleben tatsächlich spielt sich auf sylt ab weil auf sylt habe ich ein mein rsch auf sylt studio das ist mitten in der city von westerland das ist winzig ohne frischluftzufuhr also wenn du da vier stunden drin warst und ein studiogast kommt rein der fällt rückwärts wieder raus weil wirklich sauerstoff ist null und da da sende ich tatsächlich nach der sendung sehe ich zu dass ich relativ schnell rauskomme weil also zum einen kannst du da drin nicht mehr atmen zum anderen ich bin ja auch mein eigener reporter ich bin mein eigener redakteur ich bin mein eigener facebook mensch also insofern war es alles selbst ja bin ich dann auf der insel unterwegs und guck was erlebst du und was ist hier los natürlich jetzt in der saisonveranstaltung ohne ende wo man sich denn zumindest mal sehen lässt um zu gucken was ist da los irgendwie und das ist das leben auf sylt wie gesagt neuerdings in der wg was sehr spannend ist auch schon mit dem hund also dass so ein hund dein leben bestimmt ich werde da gerade wirklich so viel dazu ist es lustig und dann habe ich aber natürlich auch immer noch termine hier in kiel meine mutti ist hier im pflegeheim ich habe selbst natürlich klinik termine ich habe arzt termine so und dann habe ich tatsächlich so ein kleines notstudio bei mir im arbeitszimmer also wenn wir alle stricke reisen dann kann ich auch quasi von hier aus kiel senden und dann habe ich halt diese keine ahnung zwei drei tage die hier hat so ich habe hier ein häuschen einen kleinen garten und dann muss ich hoffen dass das wetter gut ist und dass ich irgendwie des unkrauts herr werde also ich habe vor unserer kleinen sendung hier habe ich noch mal zwei stunden efeu versucht wegzurecken und erst die arbeit dann das vergnügen ja so und so in etwa ja so und so in etwa und ansonsten die hier nach geht es direkt zur mutti ins pflegeheim mutti wird demnächst 94 und was bereitet ihren freude kassen weil wenn wenn ich das höre pflegeheim ihr arzttermin klinik termin ja termin efeu ja 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 arbeit ja so ja du hast recht es klingt es klingt gruselig aber eigentlich ich bin ein positiver mensch eigentlich bereitet mir tatsächlich alles freude mir bereitet jeder tag freude wenn ich morgens aufstehe und die sonne scheint bereitet mir freude war das schon früher so und erst seit der krankheit nie ich bin tatsächlich grundsätzlich ich bin grundsätzlich irgendwie ein ganz positiver mensch immer gewesen der immer versucht hat das in die schöne zu sehen und sich gesagt hat was soll ich mich aufregen so eine krankheit glaube ich steigert das ganze noch mal weil das die halt vor augen hält das kann auch alles hier mal ganz schnell einen anderen weg laufen und mir ist geschichte sowieso aber mir ist wunsch war dass ich dass ich glücklich werde und dass ich glücklich war da mache und ich habe ihr das in den letzten minuten ihres lebens mantra artig versprochen nur gesagt mach dich auf den weg ich kann das alles und insofern bin ich glücklich und es gibt eigentlich auch keinen grund für mich wenn ich ehrlich bin unglücklich zu sein klar gibt schönere sachen als friedhof und pflegeheim aber mutti freut sich wenn ich komme dann singt sie lieder mit mir so ob sie mich noch wirklich erkennt ich weiß es gar nicht jedenfalls tut sie so und das ist irgendwie auch ganz charmant und insofern ist alles gut gut dann wollen wir mal eine kleine zeitreise machen wollen jetzt mal ein bisschen über den frühstücksclub sprechen über deine zeit bei rsa die gibt es ja immer noch aber die die prime time in einer zeit die ist ja im radio morgens tatsächlich die prime time genau die ist nicht um 20 uhr 15 sondern morgens wir wollen so ein bisschen wie wird man wie wurdest du radio moderator und auch auf das thema stimme so ein bisschen eingehen weil eben beim toncheck ich lasse dann immer ein bisschen was einsprechen von hier von mir ich gucke ist laut genug ist leise ist zu leise und ich spiele ein bisschen was ab und dann fragte ich mich wie findest du denn deine stimme und was sagtest du daraufhin dass ich mich auch nach 37 jahren noch nicht wirklich an meine stimme gewöhnt habe ich hätte dachte du wärst der einzige der sagt wenn ich hier abspiele mensch das klingt aber gut ist tatsächlich so dass du auch nach drei städten bald vier sagst woher mit die als außergewöhnlich gut empfunden aber aber außergewöhnlich ja das ja das wahrscheinlich auf jeden fall verbinden viele damit etwas ja das ist denn ja irgendwie auch ein zeichen dass es nicht ganz verkehrt war wie oft hörst du denn selber deine stimme also ich würde viel zu oft meine meine nicht deine sondern wie oft hörst du deine stimme noch selbst ja guck mal ich produziere meine sendung ja ich nehme viele tags auf ich führe sie ab ich verknüpfe sie dann in meinem sendeplan und insofern höre ich sie tatsächlich relativ häufig ich achte natürlich nicht mehr so drauf ich achte mir auf den inhalt hast du alles richtig gesagt ist alles vernünftig formuliert ist das das was du sagen willst also eher so ich achte jetzt nicht mehr auf die stimme aber ich führe sie tatsächlich durch die art und weise wie ich arbeite relativ häufig bevor wir 30 40 jahre zurückgehen jetzt rsh auf sylt ja wie sieht da so ein programm aus für diejenigen die nicht so häufig auf sylt sind und die show verfolgen ja das ist eigentlich ein programm ich sag mal für die insel so haben wir das mal erfunden mir und ich vor vor zwischen fast neun jahren und wir haben dann tatsächlich ganz viele ganz kleine insulare themen gemacht und haben dann aber irgendwann mal stream zahlen bekommen und haben festgestellt dass die meisten menschen die uns hören die hören uns auf der insel sowieso im radio aber die hören uns über internet die hören uns in hamburg die wir nicht in nordrhein westfalen die hören uns in bayern in baden württemberg das sind sylt urlauberinnen und urlauber oder vielleicht leute die mich auch von früher noch kennen aus dem frühstücks club und dann haben wir angefangen im grunde genommen halbwegs eine normale unterhaltung sendung daraus zu machen aber natürlich mit sylter schwerpunkt und das ist das was ich dann auch im laufe der jahre gelernt habe ganz viele dinge die im leben passieren kannst du irgendwie auf sylt drehen weil sylt halten als brennglas der gesellschaft immer irgendetwas damit zu tun hat und dann kam doch corona als wir gar keine interviews mehr machen konnten und dann miri sagte carsten sagt sie jetzt müssen wir uns das überlegen und dann sagte sie lass uns doch einfach versuchen eine mischung aus radio und podcast zu machen du erzählst einfach aus deinem leben aus dem was wir hier auf sylt gemeinsam erlebt haben was ja wahrscheinlich die meisten anderen menschen auch erleben und das ist dann glaube ich wenn man von erfolg sprechen kann die grundlage dafür geworden dass wir heute oder ich da heute glaube ich ganz ja erfolgreich klingt es hochfrequenziert ja und die leute hören es gerne sprechen dich darauf an du bist ja ich glaube ja ich ja ich hoffe das sollen andere beurteilen aber ich hoffe das jedenfalls ja also ich habe ein gutes feedback du sprichst ja mit einem nordfriesen ja und wir nordfriesen vergessen oft dass sylt ja zu uns gehört ja sylt ist special ja was fasziniert dich an sylt positiv als auch negativ du hast es gerade schon mal angedeutet mit dem brennglas ja erzähl doch mal auch für uns nordfriesen ja was ist schön an sylt ja also dazu wissen mir und ich wir haben wirklich jahre vorher immer auf sylt urlaub gemacht weil wir waren nicht so die großen wegflieger wenn man nach mallorca ansonsten sylt haben dann irgendwann freundeskreis kennengelernt aber wirklich muss man auch dazu sagen einen ganz normalen freundeskreis leute mit zum teil zwei der drei jobs damit sie irgendwie am ende des monats da ihre also menschen die schon auf sylt aufgewachsen sind planer okay ein paar zugereist miri hatte noch viel mehr kontakte als ich war jahrelang mit ihrer mädelsgruppe beim windsurf world cup ich habe gesagt fahrt ihr dahin lassen ich bin zu alt dafür und hat dann leute ohne ende kennengelernt und eigentlich die ganz normale schöne seite von sylt das faszinierende wie ich finde ist immer noch also von der natur ganz zu schweigen die ist sowieso unbezahlbar aber halt eben dass du wenn du den einen tag sagst ich will meine absolute ruhe haben dann fährst du ans mord am cliff du fährst in die berater roberheide du fährst nach arsem und du triffst keinen menschen und am nächsten tag kannst du wenn du willst dich kopfüber ins getümmel stürzen und beides beides haben wir geliebt und beides liebe ich immer noch einen tag so anderen tag so und das ist halt schon außergewöhnlich irgendwie und deshalb ist es für mich immer noch ein guter spot ist es ich glaube auch mal natürlich bestätigen sich gewisse vorurteile aber wenn man auch mal eine gewisse zeit auf sylt verbringt ja nicht nur die einkaufsstraße in westerland hoch und runter tigert und nicht nur mal durch kampen läuft sondern sich mal mit der insel beschäftigt mit den menschen dort kann man das nachvollziehen was du gerade bericht ist unbedingt und vielleicht auch noch mal so dazu gesagt als als wir anfingen da haben sich die leute gar nicht so gefreut und ich habe das nicht verstanden ich habe gedacht irgendwie mensch die kennen dich doch die wissen dass du eigentlich hoffentlich ein ganz netter bist irgendwie und die freuen sich gar nicht so und das habe ich erst später begriffen der sylter klatscht nicht sofort der lehnt sich erst mal zurück und sagt du wollen mal gucken was du willst sportsfreund willst du wirklich ein angebot machen oder willst du nur mit dem guten namen sylt hier mal irgendwie auf die pauke hauen ist das ein guter name ein jahr kam der erst und sagte ach das ist ganz gut was du machst und das ist für sylter verhältnis schon ein großes kompliment in nordfriesland sagt man es dauert zwei jahre bis man einigermaßen akzeptiert wird nach zwei jahren sagte der erste zu mir du bist einer von uns da wusste ich carsten carsten jetzt bist du durch aber das hat wirklich das dauert aber das ist auch okay wie ich finde weil da laufen so viele rum die glauben weißt du so wir machen hier immer ganz schnell die ganz große welle und die sind alle auch nach genau so schneller zeit wieder so mehrfach schon angekündigt zeitreise ja 37 jahre zurück wir gehen in die achtziger ja da war ich noch nicht mal in planung ja und du wurdest entdeckt ja mehr oder weniger ja erzähl doch mal wie wird man radiomoderator ja also ich muss dazu sagen ich wollte das immer werden das war das war wirklich das war ja ich habe früher immer radio gehört in der zwei den club das fand ich mega günter fink wolf-dieter stubel internationale hitparade und ich wollte das auch können was die konnten aber nun war früher bei radio so weit weg ich hätte auch sagen können ich will astronaut werden also die wahrscheinlichkeit wird gleich groß 86 gegen rsa auf sendung ich war bei der bundeswehr habe das jeden morgen gehört ich hatte immer frühdienst ich war datenerfasser und es klang so als wären ein paar verrückte die drei schallplatten haben und 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 so war das aber es war faszinierend und vom ersten tag an waren sämtliche radios in der gesamten kaserne umgestellt so dann kommt 87 ich war bei der bundeswehr weg ich war student in kiel und ich war krank in meiner studentenbude und auf meinem kleinen nachtfisch war so ein radio wecker und ich hörte wir suchen einen co-moderator für das fußballpokalfinale in berlin hsv gegen die stuttgarter kickers und man sollte eine reportage aufnehmen auf kassettenrekorder habe ich mir dann irgendwo organisiert und habe dann eine fiktive moderation darauf gesprochen eines fußballspiels zwischen dem vfb lübeck und eutin 08 so dann habe die kassette abgegeben nun muss man dazu sagen ich sah mit 25 noch aus wie 16 und keks wir haben also einer am empfang bei rsh gesagt mensch kleiner vielen dank hier ist noch ein paar aufkleber derzeit keine praktiker ja so weißt du so nennt man mach jetzt mal deine schule zu ende siehst du aus hier raus kommst das war wirklich so und zwei tage später klebte an meiner zimmertür so gelber postet weil wir hatten ja nur ein telefon auf dem flur logisch noch kein handy zeitalter dringend bei rsa anrufen und dann hatte ich also tatsächlich diesen wettbewerb da gewonnen später überhaupt nicht seiner einzige teilnehmer gewesen ich glaube das ist auch egal ist auch egal ich durfte mit war mein erster flug ich war noch nie vorgeflogen berlin olympiastadion und ich durfte dann mit einem kollegen gemeinsam da die reportage machen und danach hat er mir das aufnahmegerät gegeben und gesagt versuch mal auf die ehrentribüne zu kommen vielleicht kriegst du ja ein paar interviews so da hat vielleicht die statur und das alter geholfen wenn ich lass bei den lütten durch da ja so in etwa so auf jeden fall heute würdest du ich hatte keine akkreditierung nichts heute würdest du nicht mal mehr in die nähe der ehrentribüne kommt da standen zwei security typen und ich habe gesagt leute das ist heute meine große chance ihr müsst mich bitte lasst mich durch ich und die haben mich durch gelassen und dann lief die siegerehrung da stand ich schon neben ebert diepkin seiner zeit regierender bürgermeister von berlin und dann laufen dir die promis da ja nur so vor die füße also von uwe seder über über wolfgang schäuble über franz beckenbauer alle waren sie da und ich habe sie interviewt also das war ein riesengroßer glücksfall genauso hätten die beiden security's mich vor der tür gelassen wäre ich vielleicht nie beim radio gelandet weiß man aber dadurch wurdest du zum senkrechtstarter bei einem noch ziemlich jungen sender ja also senkrecht starten naja von null auf hundert ja also auf jeden fall dann kurz danach war der erste rsh geburtstag der wurde vor dem funkhaus gefeiert und dann kam der programmdirektor raus der war auch nicht übersehbar hermann stüppert war ein kräftiger mann sage ich mal und ich wollte ihm wirklich nur danke sagen weil das war für mich das war mein kindheitstraum einmal im stadion ein fußballspiel das war das längste für mich und sagte dann mensch wollte mir danke sagen ich bin der der da gewonnen hat und dann sagt er zu mir das wird nicht das letzte mal gewesen sein dass wir sie im radio gehört haben und ja dann habe ich kurz danach ein praktikum angefangen habe währenddessen aber schon handballspieler der damaligen esg weiche hande wird noch moderiert dann habe ich als kiel reporter angefangen unter der woche war ich kiel reporter am samstag handball am sonntag fußball holstein kiel dann habe ich irgendwann nachrichten gemacht tatsächlich auch in der zeit des mauerfalls zum beispiel also spannende zeiten erlebt erzählt aber du sagst ja da habe ich nachrichten gemacht ja da steckt ja mehr hinter als einfach nachrichten vorzulesen erzähl mal was heißt das nachrichten gemacht das hieß also du musst dir überlegen wir waren eine ganz junge unerfahrene redaktion da waren vielleicht ein zwei drei alter hasen aber der rest waren leute wie ich die voller enthusiasmus da waren aber natürlich unerfahren und dann überlege ich mal was alles über diese junge redaktion in den ersten jahren reingebrochen ist also stichwort uwe barschel 87 rammstein geisel name glattbeck mauerfall wiedervereinigung erster golfkrieg und das bedeutete tatsächlich dass wir uns auch in diese thematiken eingearbeitet haben und das siehst du hast selber die nachrichten recherchiert über ein dpa droger du hast geguckt was ist wichtig für uns natürlich immer träg einen schluck tee ja du hast recht gute husumer früchte festtagsmischung wunderbar ja könnte schon ein bisschen abgekühlt sein jetzt natürlich immer nach den vorgaben des senders aber wir durften auch da und uns ausprobieren und und durften alle fehler machen die man machen konnte wir haben aber jeden nur einmal gemacht weil wir aus jedem fehler gelernt haben irgendwie aber das war schon ja wir unerfahrenden jungen leute haben da gemeinsam weil wir uns unterstützt haben die budi gerockt das war also würde ich heute wirklich sagen wir haben uns manchmal meine güte weil wir dachten wenn wir das falsch machen ist die demokratie in gefahr also wir haben uns um jedes einzelne tag gezofft aber abends haben wir uns mit den worten verabschiedet wenn ich heute doof war tut es mir leid wenn ich ungerecht war tut es mir leid morgen geht es weiter und nächsten morgen wieder pack schlägt sich pack verträgt sich ja so in etwa so in etwa und ich finde wir sind ja in einer gesellschaft irgendwie wo man fehler nicht mehr so zugibt und das finde ich so schade weil irgendwie wir haben wirklich alle fehler der welt gemacht aber wir haben uns dafür entschuldigt denn ihr habt sie nicht mit absicht gemacht nein deswegen weil wir haben uns auch nur gezorfen weil wir das produkt machen wollten also wirklich wir wollten und jeder glaubt ja dass er das weiß wie es am besten geht ne und dann gab es reibereien aber noch heute lachen wir darüber und sagen wie wie geil waren wir eigentlich was kann dann dann hast du nachrichten gemacht bis anfang der 90er genau und dann parallel auch schon so die ersten unterhaltungssendungen und der damalige morgenmoderator ein lieber freund von mir da war der konnte das mit im früh aufstehen nicht so das war nicht so sein ding und dann hieß es irgendwann könnte sie machen das und denn ich meine das ist ein ridderschlag ne morgens ja aufnehmen zu können ja ja ob das heute immer noch ja ich glaube das ist heute glaube ich auch immer noch so genau und ja und fortan klingelte dann der wecker immer um vierter nach drei und die nacht war früh zu ende also mit meinem bni bin ich auch immer früh unterwegs aber eine drei steht echt nicht auf dem wecker das ist schon hart ja ist das auch wobei ich bin tatsächlich ich bin ein früh aufsteher ich komme gut also zwischen alters bedingt natürlich schon aber aber damals auch schon ich bin immer ganz gut hoch gekommen das muss ich ganz ehrlich sagen wann bist denn zu bett ich bin abends meist so gegen zehn ins bett zehn wenn fußball war so halb elf und dann wie gesagt bis viertel nach drei habe dann aber mittags immer noch mal zwei stunden wirklich tief und fest geschlafen so zwölf ab nach hause da war ich auch wirklich kaputt also ich war einmal müde weil mich das auch alles angestrengt hat radio ist ja auch sicherlich nicht nur alle zehn minuten mal was ins mikro sagen wenn ihr on air seid sondern in der zwischenzeit passiert ja auch sicherlich einiges erzählen wir uns mal mit was passiert denn da wenn musik läuft ja also im frühstücksclub war das so dass ich quasi die sendung immer vorbereitet habe ich habe immer ein script gemacht die meisten moderationen waren gescriptet jeder wusste genau wo er hin sollte und auf jeden war die rolle die moderation zugeschnitten und wenn dann ein titel läuft dann übst du diese moderation du sagst wir nehmen seite sechs in der mitte jeder hatte seinen textmarker das ist mein text das ist der text das ist der text und dann hast du die moderation einmal ganz kurz durchgeübt ich habe das aufgeschrieben wirklich fragt die die mit mir zusammen gemacht haben mit atempause wo ich wo ich die ein wie zwei sekunden haben wollte und wenn das gut war dann war ich immer ganz glücklich wenn man das nächste war dann war ich auch mal knattelig aber das kam ganz selten vor und dann waren auch schon die drei minuten des titels um dann geht mikro an und dann geht die moderation los und dann ist es ja wirklich live ja jeder versprecher ja alles jeder verhaspler jedes m jedes jup jup wird ausgestrahlt ja geht nicht wieder zurück nein wieso man gewöhnt sich sicherlich an die situation wenn es dann auf einmal heißt on air ja wieder genau aber das ist natürlich auch eine drucksituation das ist nicht so dieser frühstücksclub den man sich vorstellt mensch wer das lied läuft trinkt die tasse kaffee und essen mädt brötchen das haben wir auch gemacht natürlich klar also es wurde dann ja auch im laufe der jahre immer lockerer also im laufe der jahre das ist wie im fußball du weißt irgendwann wo der laufweg des anderen ist dann kannst du auch mal einen ball blind spielen aber das haben wir uns wirklich das haben wir uns erarbeitet wir haben uns das wirklich erarbeitet dass wir jeden tag ein bisschen lockerer wurden und wir haben also mittendrin auch blödsinn gemacht aber ansonsten nee also ich war schon immer für mich war das immer arbeit und ich wollte dass wir vier fünf stunden hoch konzentriert bei der sache sind dieses skript von ja du sprichst das wird ja sicherlich am vortag entworfen weil wenn ihr loslegen morgens um wann war start ja wir haben uns meist getroffen ich war der erste ich war so gegen zehn vor vier im sender und dann kam die annemie zu gegen vier fünfzehn da hatte ich schon kaffee aufgesetzt licht angemacht und dann haben wir zum teil nahezu kein wort miteinander geredet weil wir alle noch im tisch schlafen also wirklich kein wort außer moin und kaffee schmeckt nicht kein nix für so und aber um fünf uhr wenn das licht angeht haben wir wirklich auf knopfdruck waren wir da und diese aber dieses skript wann wird das erstellt das habe ich tatsächlich eigentlich meistens erstellt am nachmittag vorher das meine ich also der arbeitstag endet ja nicht wenn der frühstücksclub vorbei ist wenn du in eine mittagsstunde gehst danach geht es nochmal weiter für die vorbereitung des nächsten tages richtig und das hat dann zum teil eben damals auch noch miri gemacht miri war meine redakteurin am tag die mich dann anrief um drei ich kam dann so langsam vom sofa wieder hoch und gesagt hat wir haben das und das und das und das und das vorbereitet das und das ist steht für morgen an so und so sieht es aus und dann habe ich am nächsten tag viele ideen die einfach eigentlich von ihr waren als meine verkauft habe ich aber auch immer so zugegeben und ich bin immer abends gerne ins bett gegangen wenn ich wusste okay hast du so 80 prozent der sendung so könnte es morgen aussehen ja manchmal habe ich am nächsten morgen alles in den mülleimer geworfen weil sich die weltlage oder irgendwas verändert hatte aber in den meisten fällen zumindest war es für mich immer ein gutes gefühl du gehst ins bett und du weißt kassen die sendung morgen bin nicht gerade irgendwas schlimmes passiert du weißt wo du hin willst und du weißt wie die sendung aussehen soll auch der frühstücksclub wie jede sendung lebt natürlich von der musik ja die 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 qualität der moderatoren kann noch so hoch sein wenn die musik für den arsch ist ja da bin ich komplett bei dir stehst du am nachmittag da und sagst entscheidest welche songs gespielt werden oder wer ist dafür verantwortlich dass eben die musik ja die passt natürlich nehmen zu inhalten aber dass die musik wer wer sucht die titel aus das macht tatsächlich eine musikredaktion da habe ich überhaupt nicht mit zu tun die geben euch quasi ja wer entscheidet wer wann dran ist wie die zeiten aufgeteilt sind ich glaube am radio ist es so das wichtigste ist die nachrichten einzuhalten bei rsh hat immer um fünf vor genau heißt dazwischen muss die zeit irgendwie gefüllt werden und wer legt fest wie lange ihr sabbeln dürft und wer legt fest wie lange ein lied spielt die lieder sind ja keine ahnung die dauern vier minuten die haben kaltes ende also müssen die auch vier minuten mit dem kalten ende gespielt kaltes ende heißt also das ist hinten mit einem abrupten ende auf genau so und dann warten die 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 musik lieben auf dieses ende und wenn du quatsch da drauf dann ist holler der not was erdreist sich der moderator so und dann gab es ja immer diese vorgabe keine ahnung früher war das so eine moderation darf nicht länger als 2 30 dauern so in etwa so dann sind die hörer die sache leid wir sollen musik spielen ob sich das inzwischen geändert hat ich kann das gar nicht sagen weil ich jetzt ja mal einer kleinen so der enklave da lebe irgendwie da darf ich noch ein bisschen andere vortex machen aber so in etwa ist das und dann musst du aber gucken dass du dann zur werbung um fünf vor halb halt eben wieder rechtzeitig mit dem letzten titel fertig bist und das ist dann übungssache aber das kriegt man eigentlich also ihr bekommt eure zeit slots vorgelegt ja an die müsst ihr euch halten aber ihr wart für den inhalt dieser slots dann letztendlich verantwortlich also ein zusammenspiel aus eurer redaktion und der musik redaktion so ist das macht letztendlich das radioprodukt rund richtig genau so ist es klingt nicht immer ganz einfach nein ist es auch tatsächlich nicht aber ich habe wie gesagt die musik das habe ich immer in fremde hände gegeben weil ich habe gesagt ich bin ich bin kein musikfan ich habe auch ehrlich gesagt nicht finde ich viel ahnung von musik ich bin wahrscheinlich ein normaler durchschnittshörer hört sich das an und so hübsch oder nicht aber ich bin jetzt so wie sich das andere vielleicht vorstellen so ein radiomoderator der sitzt in bergen von cds früher und hört sich die an ich wollte den leuten immer eine geschichte erzählen ich war einmal der der das wort gekommen ist und musik war für mich immer erstört ich wollte am liebsten was erzählt geht natürlich nicht und insofern habe ich immer gesagt musik können andere besser das soll die machen und wort kann ich hoffentlich ganz gut das ist dann mein job wenn du auf 25 jahre fast morning show ja zurückblickst genau was sind für dich die an was denkst du denn da so konkret wenn du ein zwei ereignisse nennen müsstest also erstmal denke ich tatsächlich an die vielen an die vielen kolleginnen und kollegen die mich in der zeit begleitet haben mit jedem einzelnen eigentlich und mit jeder einzelnen war es eine freude irgendwie das war schon toll muss man bedenken man trifft sich wie gesagt um vier viertel nach vier im punkhaus das ist eine zeit wo menschen empfindsam sind wo ein falsches wort dafür sorgen kann dass die stimmung irgendwie den bach runter geht und irgendwie war es rückblickend immer schön und es gab eigentlich highlights ohne ändern ich kann mich an die eine woche erinnern zum beispiel da haben wir vom bauernhof in sorgwold gesendet irgendwie das war so eine aktion wo höhere entscheiden sollten von wo sendet ihr und wir haben wirklich eine woche lang von morgens um fünf glaube ich bis abends um 18 uhr aus einem stall aus einem stall gesendet irgendwie und haben nebenbei auf dem bauernhof mit geholfen und am ende glaube ich war das gesamte dorf und sämtliche orte rundherum auf den beinen und haben uns da beobachtet das war schon irgendwie wo ich sag boah da haben wir auf die alten tage also so ja doch ich war ja schon relativ lange geschäft aber noch mal wieder rausgehauen das war schon groß wie viele menschen haben im peak bei euch zugehört weißt du das doch das wirst du wissen wir waren ich habe mich auch ehrlich gesagt nie so um zahlen gekümmert wir waren glaube ich mal irgendwann vor den 480.000 irgendwie irgendwie sowas gut dann runden wir mal auf ja es hörten im peak durchschnittlich 500 eine halbe million menschen ja euch zu ja dir zu ja wir hatten das thema wenn du dich verhaspelst kriegen das 500.000 menschen mit sagen mensch der köhte schon wieder aber ihr habt ja auch eine ungeheuer ungeheu ungemeine verantwortung gesellschaftsverantwortung letztendlich auch ihr könnt ihr auch meinungen fördern meinungen manipulieren wie geht ihr damit politischen themen seid ihr damit umgegangen ja ich würde ich würde sagen dass ich da immer schon sehr 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 vorsichtig war und ich bin im laufe der jahre immer vorsichtiger geworden weil einfach die zeit so schnell geworden ist mit meinung die irgendwo veröffentlicht werden mit angeblichen tatsachen die dann irgendwann als fakt hingenommen werden und ich bin mir dieser verantwortung immer bewusst gewesen und wie gesagt je älter ich werde umso mehr wird mir die sache bewusst und deshalb versuche ich wirklich jeden jeden einzelnen satz den ich sage stelle ich auf den prüfstand also ich mir kassen ist das richtig was du sagst ist das so vernünftig kann man das falsch verstehen genau das hast du ja wie ist das mit ironie sarkasmus ja funktioniert im radio nicht tatsächlich oder jedenfalls es gibt ein zwei sender die darauf gepolt sind aber normalerweise sage ich mal war die die zeit wo wir die größten fehler gemacht haben auch ich selbst war die zeit als harald schmidt populär war und wir wollten alle so sein wie harald schmidt weil wir ihn so geil fand konnte natürlich keiner von uns und außerdem wollten die leute ist auch nicht die leute wollten keinen sarkastischen zynischen ironischen kassenküter sondern die wollen den netten kassenküter aber da haben uns glaube ich alle mal so ein bisschen verankern wie gesagt ich inklusive man macht alle fehler man muss daraus lernen aber nein ich ironie funktioniert im radio wirklich ganz schlecht das kann ich so sagen und was die verantwortung angeht bin ich bin ich komplett bei dir und kann nur jedem der heutzutage radio macht sagen seid vorsichtig mit allem was ihr erzählt und überprüft jeden einzelnen satz und jedes einzelne wort denn gesagt ist gesagt ja und es bilden sich so schnell meine meinung war alles was um uns herum passiert ja und da ist finde ich jeder von uns in der verantwortung bevor wir gleich über die aktuelle situation im radio mal zu sprechen kommen sich das auch in den letzten jahrzehnten verändert hat irgendwann endete der frühstücks club ich habe so zwei momente in meiner in meiner radiohörer zeit in erinnerung einmal das ende des frühstücks clubs mit karsten köhte und vom konkurrenz sender von enjoy das ende der morning show mit kulage und hadeland ja das war für uns aber das auch im älteren alter häufig gehört haben sehr sehr emotional das waren die gründe für euch da mal zu sagen okay enough is enough bei mir war es tatsächlich die krebs erkrankung also ich bin dann irgendwann 2000 glaube ich zwölf wurde man krebs entdeckt und dann hat mal das zwei jahre beobachtet nennt sich watch and wait angucken beobachten und 2014 irgendwann war denn tatsächlich schicht im schach da wurden die schmerzen zu groß sagten sich lümpfknoten gebildet die klumpen gebildet haben ich hatte dann bestimmt eine woche lang nachts nicht geschlafen mich morgens trotzdem irgendwie in sender geschleppt und dann sagte mein professor er müssen jetzt anfangen mit chemotherapie und dann bin ich morgens um 9 in sender gefahren habe mich auf dem sender verabschiedet und habe gesagt leute ich bin jetzt mal ein halbes jahr nicht da und dann bin ich von da direkt in die klinik und um halb elf war ich angeschlossen und dann begann die chemotherapie und das war dann das ende vom frühstücks club ich bin dann nach einem halben jahr wiedergekommen aber da hatte man dann glaube ich auch nicht mehr so das zutrauen ob ich denn nun nach der erkrankung noch mal so wieder die kurve die gefahr ist ja sicherlich da eines rückfalls oder eines spontan eintretenden schlimmen ereignis genau und da hatte man glaube ich gesagt man wir wissen nicht ob man das noch mal irgendwie hinkriegt dann habe ich meine kurze zeit den nachmittag moderiert das war auch sehr schön aber ich bin kein nachmittags moderator das habe ich irgendwie festgestellt ich bin was ist da der unterschied damit das hast du eine moderation hatte ich pro halbe stunde und du willst ja was du willst ja geschichten ich will was erzählen schwierig drei minuten in 30 minuten ich will was loswerden ich will was loswerden ich will nicht musik spielen ich will was erzählen so und wer heutzutage so was möchte was erzählen möchte geschichten erzählen möchte der muss ja nicht zwingend im radio arbeiten er hat ja heutzutage so wie wir hier zusammenkommen die möglichkeit jeder jeder hans und franz kann heutzutage einen podcast aufnehmen was macht das thema podcasting mit der mit der radio welt was würdest du sagen was sind da erfahrungen die du auch mitbekommst viele podcasts werden ja auch mittlerweile im radio ausgestrahlt radiosender auch rsa die eigene podcast schiene hier aber trotzdem wie hat das podcasting das radio game verändert ja ich glaube tatsächlich dass im moment das noch so ist dass da beide gut voneinander profitieren also das ist jedenfalls mein 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 eindruck dass beide super nebeneinander hier leben können das gute alte radio funktioniert immer noch für die schnelle kurze informationen und wer dann etwas tiefer in ein thema einsteigen will der braucht dafür mehr zeit und der schaltet einen podcast ein wie sich das in zukunft entwickelt ich das kann ich gar nicht sagen also da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die fantasie irgendwie wo siehst du denn eher potenzial was radio oder lineares fernsehen beide medien haben ja ja ich leben ja einen wandel ja fernsehen im punkto streaming ja wollen konsumieren wann wir wollen ja radio hat den podcast als ja als gegenpart ja verändert sich auch dadurch radio hat als gegenpart spotify apple music ja man kann also alles konsumieren was man möchte ohne radio haben zu müssen ja trotzdem wenn man sich höherer zahlen anschaut radio lebt weiterhin warum ich glaube dass radio immer noch lebt weil am ende die leute natürlich kannst du deine lieblingsmusik im radio hören quatsch über spotify hören oder über apple oder so aber irgendwann willst du doch auch wieder dass da einer am radio ist der dir irgendetwas erzählt der eine emotion in dir auslöst der dich zum lachen bringt der dich nachdenklich macht der dich betroffen macht der dir die neuesten infos erzählt irgendwie und deshalb glaube ich wird das gute alte radio überleben und wird auch weiterhin einen guten weg gehen ich glaube eher dass das lineare fernsehen tatsächlich schwierigkeiten bekommen wird und dass diese generation die jetzt rennt wächst wahrscheinlich gar nicht mehr zum teil weiß dass es um 20 uhr eine tagesschau gibt sie sagen wie tagesschau ich habe doch tik tok ja ich kann sagen ich habe doch alle infos ja also ist das überspitzt formuliert nein aber das ist ich glaube nicht dass das so überspitzt formuliert ist glaube schon realität in häufigen fällen ja weshalb ich häufig noch radio konsumiere ist ich habe den zugriff auf alle musik die ich möchte ja und ich sehe dann fahre dann auto oder schalte das auto an und display geht an und ich könnte mir was aussuchen und ich finde nichts obwohl ich ja zugriff das ist so bescheuert ich weiß mir fällt nichts ein was ich suchen möchte was ich hören möchte auch nicht schon wie ja ach komm dann machst mal radio weil da kann ich nicht bestimmen was läuft ja es sei denn ich rufe an und wünsche mir was ja aber ich lasse es einfach auf mich zukommen was läuft und lasse mich überraschen was läuft ja deswegen das ist ja das ich finde so deswegen radio ist immer noch ein überraschendes medium ja ich habe zu hause ich habe zum 35 jährigen jubiläum also neben einer anderen kleinigkeit habe ich so ein DAB plus radio bei mir zuhause in der küche so da kann man keine ahnung ich weiß nicht 5000 sender mit empfangen oder so ja das wird zumindest immer beworben sind und ich habe morgens in der küche habe ich immer einen wo ich weiß die machen so ein bisschen show out musik morgens also wenn ich dann jetzt um sieben frühstücke oder wann auch immer so und dann also einen sender den habe ich an wo ich weiß was ich kriege und die anderen 4.099 habe ich noch nie gehört es ist ja so ich weiß total ich habe netflix ich gucke ich mache es wieder aus weil ich nichts finde oder mich nicht entscheiden kann ja und dann ja ein 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 dass die leute doch das radio einschalten und dass sie doch das war zu meinen zeiten denke ich mal auf jeden fall so wenn die morgens im auto waren auf dem weg irgendwo hin und sagten ich muss schon wach sein dann will ich dass der köhte auch schon wach ist wir wollen mal hören und er war schon wach und er ist wieder da so genau und er ist wieder da genau schön ich hoffe dass radio weiterhin bestand hält und ich hoffe natürlich auch aus eigeninteresse dass das podcasting selbstverständlich auch um weiter leben wird und es weiterhin diesen auf das aufleben erfährt hier und bedanke mich carsten für deine zeit wir sind bei 50 minuten angelangt ja genau haben wir noch ein paar minuten das ist ja das schöne ja hier sagt niemand soll stunde oder wir müssen uns bei allen die nachrichten kommen gleich ja wir können hier noch ein bisschen dranhängen ja geil weil ich meine zu anfangen haben wir ja schon gesagt irgendwie fünfjähriges jubiläum von dir und da habe ich natürlich kommt da bin ich jetzt der alte radio mann der jetzt auch mal zweiter sachen wissen will also ok gerne also ich wollte dich für mein fünfjähriges haben weil du bist für mich die stimme schleswig holsteins also sehr gerne ich lasse mich sehr gerne von dir befragen wie viel wie viele leute hast du in dieser zeit in diesen fünf jahren interview hast du eine zahl so über den daumen das habe ich dir nämlich auch gerade gefragt habe ich zahlen parat über den daumen erreiche ich pro jahr 25.000 individuelle menschen ok mit dem podcast der ja doch relativ regional ist ja klar dadurch würde ja kommen wir ungefähr auf eine sechstellige zahl ja das stimmt und zudem läuft läuft es ja bei youtube und bei instagram und tik tok und so weiter also ja da sind schon ein paar leute die ich erreicht habe ja in jetzt knapp bald in bald 200 folgen ich versuche ich versuche einmal hier pro woche ein interessantes thema oder interessanten gesprächsgast meine hörerinnen und hörern hier präsentieren zu können ja gab es irgendeinen gast der dich mal komplett überrascht hast wo du vielleicht völlig anders mit anderen erwartungen daran gegangen bist irgendwie ja da ich war ich bin stark davon ausgegangen dass der echt viel sabbelt ich stelle dem eine frage und er erzählt und ich stelle ihm diese frage und die antwort ist ungefähr 15 sekunden lang und denn denn da fängt es an dass man denn froh ist dass man schon ein bisschen erfahrung hat ja man denn so einigermaßen drauf reagieren kann weil wenn man erwartet der sabbelt jetzt drei minuten weil man ist gedanklich das ist man muss es schon hinbekommen das weißt du selber transferleistung du hörst einerseits zu ja klar andererseits willst du daraufhin eine schlaue frage stellen oder deinen roten faden so ein bisschen befolgen und wenn du dann planst dass er jetzt zwei drei minuten sabbelt und nach zehn sekunden durch ist ja kann es zäh werden absolut das hatte ich mal mit mit peter maffay muss aber auch dazu sagen dass das war glaube ich eines der schlechtesten interviews geführt habe das lag nicht an ihm das lag einfach daran dass ich ich habe scheiße gefragt und das war aber das war eine war eine war eine zähe stunde kann ich dir sagen peter maffay ist ein name ja 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 ein podcast den ich sehr gerne höre ist der omr podcast und der chef von omr online marketing rockstars philip westermeyer der war auch schon mal bei mir im podcast zu gast da bin ich auch immer noch sehr stolz drauf und er hat immer eine situation da hatte er herrn seckler von deiner insel gesprächsgast der überhaupt keinen bock hatte auf diesen podcast okay und er hat es nicht so sehr raushängen lassen aber ich habe es wahrgenommen und das war okay philip das ist eine herausforderung ja man hat schon gemerkt dass seckler das machen musste ja das ist ja nicht so einfach deswegen bin ich auch immer sehr dankbar dass meine gesprächsgäste lust haben entsprechend dankbar bin ich dass du auch lust hat ist da drauf übrigens ist herbert seckler ein sehr netter kerl aber auch ganz bescheiden der auch ich glaube tatsächlich immer am liebsten am liebsten einfach nur sein restaurant und alle sind glücklich und alle sind das meint er auch zu mir mal ist nee ich möchte nicht in rampen ich möchte nicht mehr ich möchte einfach hier sein so ist herbert ja und super sympathisch ja natürlich absolut und auch bodenständig und der bodenständigste mensch der welt um wieder auf sylt zurückzukommen wo alle denken grüße weil die welt nein du kannst bei ihm auch keine ahnung einfach nur sitzen und sagen ich möchte nur eine tasse kaffee und du wirst genauso nett bedient wie neben dir günter netzer also das ist san siebar ist tatsächlich eine reise wird die er vor allem wenn man ihn auch mal kennenlernen möchte steht er ja meist so sitzt er ja beim eingang ja ja genau ja ja also eine sache noch von anfang an schon dieses dieses mobil nein oder nee das seit was haben wir jetzt 2024 haben wir genau seit diesem jahr seit diesem jahr folgender hintergrund hier ich bin ein sehr fauler mensch wie viele menschen möglicherweise und mittlerweile ist das equipment doch etwas mehr geworden okay vier mikrofone hier mit der interface das mischpulten laptop die kamera hier da kommt gewicht zusammen das ist sperrig hier und ich war es leid aufzubauen abzubauen hinzutragen abzubauen aufzubauen und so weiter und natürlich okay was kannst du machen kannst die eigene studien husum einrichten aber kommt ein karsten köde nach husum dafür gefahren kommt ein ministerpräsident von der husum eher nicht hier denn lass mich doch mit meinem studio zu diesen menschen fahren ja und die idee entstand im letzten jahr so ein bisschen habe ich wie kann man wie kann man das umsetzen wir brauchst du ja fläche wir du brauchst fläche und wenn oder so ein kleiner bus schwierig weil es ja auch gemütlich sein soll sich hier wohlfühlen wir wollen eine tasse tee trinken ja ich möchte von a nach b kommen und da kam die in die idee mensch macht doch ein mobiles podcast studio in einem wohnmobil aber was so ein wohnmobil ist auch nicht günstig aber klar und da habe ich gott sagen ganz ganz tolle werbepartner gefunden die mich hierbei unterstützen dieses mal ich weiß es nicht besser aber ich habe das noch nicht wieder irgendwo gehört für dieses einzigartige projekt umsetzen zu dürfen seitdem fahre ich mit dem wohnmobil durch schleswig-holstein und treffe interessante persönlichkeiten ich also es heißt seit dem tor ist titan tour erst davor ich habe die tour die tour habe ich noch mal angedichtet angetextet es passte ganz gut aus tor ist teatime wo denn tor ist teatime tour hier und ja seitdem trinke ich einmal die woche tee mit interessanten menschen aus der region hier und den fokus möchte ich auch gerne beibehalten das möchte ich als meine nische so weiter nutzen den regionalen aspekt einfach themen aus norddeutschland menschen aus dem norden ich fing mal an mit tor ist teatime der podcast aus dem norden für menschen aus dem norden und das läuft jetzt seit fünf jahren und ich bin ganz gespannt wo die reise noch hingehen wird ja aber ich würde sagen weiteren erfolgen steht nichts im wege irgendwie und ich würde sagen mehr kann nicht kommen nach dir ja ja nun ja hoffentlich noch irgendwie luft nach oben also schauen wir mal aber es war mir war mir eine freude auf jeden fall also sowohl das gespräch als auch tatsächlich mal das hier leben zu dürfen ist schon geil vielen dank das freut mich wirklich sehr von dir zu hören vielen vielen dank dass du dir die zeit genommen hast meine letzte frage im podcast seit fünf jahren und ich habe schon so viele namen da gehört ist denn ich wollte schon immer mal eine tasse tee mit dir trinken das haben wir jetzt gemacht mit wem würdest du gerne eine tasse tee trinken wenn du könntest gibt es da jemanden mit dem du es noch also oder einfach mal gesprochen hast mit dem du immer mal reden wolltest aber das noch nicht geschafft hast überlegt gerade eigentlich eigentlich nee also also würde ich jetzt also spontan wirklich irgendwie sagen fällt mir jetzt keiner ein was prominenz angeht ohnehin schon nicht ich war nie so war nie so promi affin ich war glaube ich auch nie so ein guter interviewer das konnten glaube ich andere auch immer besser ich fand die ganz normalen menschen in schleswig-holstein ja das waren immer meine 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 highlights der landwirt von nebenan der straßenfähige auf sylter bei unserer morgens vor der tür sauber macht der in die junge mädel dass die dass die krebs macht das sind halt typen ob man oder frau das sind typen ja wie wir hier oben einfach sind ja und das war immer mein mein heiler verstehe von daher wenn du jetzt hast irgendein promi oder so sage ich muss nicht muss gar kein promi sein ne ne also insofern lass uns die ganz normalen menschen feiern lass uns ich muss gleich zu modi wie gesagt ins pflegeheim lasst uns jede 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 alten pflegerin und jeden alten pfleger feiern dass uns jeder menschen im krankenhaus feiern nicht nur klatschen sondern ja das ist sehr gerne das ist schlusswort oder das möchte ich unterstreichen bitte trinkt eine tasse tee mit deiner muddi mache ich ja wohl genießt die zeit vielen dank für deine zeit lieber carsten und ich sage vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zuhören das war tourist tee time tour ja mit carsten köhte feiern dank immer gerne mir eine freude